in Chemnitz. Der Rektor der Universität der Vereinten Nationen ist direkt aus Tokio angereist, weil er am Abend den Hans-Karl von Karlowitz Nachhaltigkeitspreis verliehen bekommt. Ein Preis wie dieser ist der Aufmerksamkeit. Professor Chilizi Marwala in Chemnitz. Der Rektor der Universität der Vereinten Nationen ist direkt aus Tokio angereist, weil er am Abend den Hans-Karl von Karlowitz Nachhaltigkeitspreis verliehen bekommt. Ein Preis wie dieser ist der Auftrag an uns alle sicherzustellen, dass wir die Welt in einem besseren Zustand verlassen, als wir sie vorgefunden haben. Mit Interesse schaut sich der Südafrikaner das Lexikon der Nachhaltigkeit von 1713 an. Auf den Spuren von Karlowitz hat er 300 Jahre später geforscht und will das Wissen von damals in die moderne Welt heben. Die künstliche Intelligenz verspricht uns für das Thema Nachhaltigkeit viele große Fortschritte, auf die wir bei dieser Transformation zur Nachhaltigkeit bauen. Künstliche Intelligenz ist gut und schlecht. Sie ist gut, weil sie uns den Klimawandel besser verstehen lässt und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit. Sie hat negative Einflüsse, weil sie eine Menge Wasser und Energie benötigt. Und wir benötigen viel mehr nachhaltige, energieeffiziente Infrastruktur und Technologie. Ein Thema, an dem im World Trade Center Dresden geforscht wird. Hier befindet sich eine von 13 Universitäten weltweit, die zu den Vereinten Nationen gehört. Weil die Lausitz in der Nähe mit dem bevorstehenden Kohleausstieg Beispiel ist für verlassene Bergbaulandschaften in Kolumbien, Mosambik, Südafrika, Indonesien und ganz aktuell in Indien. Der indische Kollege, der freut sich auch schon dann in Weißwasser arbeiten zu können. Das hat mich gefreut, dass ein Bewerber schon im Vorstellungsgespräch mich gefragt hat, ob er denn dann in Weißwasser sitzen darf, wo man ja anderen erst mal erklären muss, dass es eine Lausitz gibt und dass es Weißwasser gibt. Deutschland hat die Technologie, die die Welt gerade braucht. Deutschland hat auch das Know-how und dem politischen Willen, um die Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. Das Büro in Weißwasser wird der Rektor der Universität der Vereinten Nationen morgen besuchen und sie selbst ein Bild machen vom Braunkohletagebau in der Lausitz. Das hade ich gearbeitet. Das einerede Marteline, das wenn die Abstimmungionsteil aus dem, dass von Version 40 bis 20 bis 20 bis 30 bis 30 bis 30 bis 31 bis 20 bis 40 bis 30 bis 30 bis 35 bis 40 bis 30 z�� Amazon. Untertitelung des ZDF, 2020